Hiyaaa Herzlich Willkommen zurück zu NEIN Zu NEIN Meine Kraft Meine Kraft Mit mir Dem Alex Sag mal kennst du mal Dem Alex Oh Gott So toll also mir gehts echt Sag mal Mir gehts echt Im Ernst Bist du gerade echt? Oh mein Gott das war richtig Miroslav Oh Gott Arschkeks Scheiß Romane Stimmt doch gar nicht Hat meine Mama auch immer gesagt Sadist und Masochist Boah das Problem ist ich kann grad mit Minekraft gar nicht umgehen Weil ich spiel jetzt ja nur Blade und Soul Und da sprintet man ganz anders Also da ist ja man sprintet ja mit Shift Und ich hab's ja Minecraft umgestellt Und ich hab auch drei Jahre keinen Minekraft mehr gespielt ehrlich gesagt Nein Hast dich gerade selber umgebracht Oh was du bist nicht hoch geflogen? Nein Kein Stück Äh ich schon Ja ich nicht Nein Okay Oh glückliches Leben wünsche ich dir du Opfer Ahaha Äh apropos also Minecraft Minigames Wollt ihr noch erzählen Äh pfff Äh was wollte ich erzählen Wir spielen gerade Minecraft Minigames Smash Auf dem Chodbo Server Und das ist Weil Äh Wir quasi ein Smash Turnier haben Und im selbigen Sag mal Daniel was ist denn los? Du bist so aggressiv heute Nehm ich das jetzt bitte unterlassen Ja Ich hab äh Steroide und Und Pferdepemisse genommen und alle Okay Rap Da konnten die nicht springen Ja auf jeden Fall machen wir ein Smash Turnier von Knochi Und dann Sind wir irgendwie in der ersten Runde scheinbar Und wir sollen ihm jetzt mitteilen wer gewonnen hat Und dann sind wir glücklich Und Also auch ohne das auszutragen sagen wir natürlich Ich hab gewonnen Das ist einfach besser halt Ja genau Also wir spielen das eigentlich kommt Oh Gott So Wo bist du? Tot Äh Weil ich nicht springen konnte Warum Ich hatte auch den Den Smasher Ne den Hammer halt Ja aber dann kann man doch trotzdem noch springen Deswegen Echt? Ja Ich schon Zu doof dass ich einen Jetpack hab Ja ist echt doof Wenn ich du wär Ich will mich auch ziemlich doof fühlen Coolsten Bundesland der Welt hat man ja als Zeugnisse bekommen Sachsen? Ne ich glaub das ist schon ein bisschen länger her Ja Seit etwa zwei Wochen Ja Eben Ach Junge Daniel möchtest du nicht mal Warum hast du nichts gelernt? So schuld Schau dir den Daniel an Der kann sogar fliegen Eben Geil Ja Der türkische Airlines hat der gebucht Richtig geil Haha Oh Jappah Es ist so traurig was wir grad Was ist das denn? Ja ich hab noch gewonnen Du bist aber tot Oh Ja wir sind beide gestorben aber ich hab noch gewonnen Ein bisschen traurig Wie das rumback Ui Ich hab deswegen mag ich den Spielmodus nicht Weil der so dermaßen verbuggt ist Deswegen hab ich den auch aufgehört Was ist denn passiert bei dir grade? Äh ich bin Getroffen worden Dann wurde ich in den Boden geschleudert Der ist unter mir weggegangen Also ich wurde quasi durch den Boden so in die Lava reingeschleudert Und ich konnte auch nicht springen Oder ich hab gesmashed eins von beiden Keine Ahnung Äh er kann ich ich weiß halt nicht wo Es geht auch weg Da wollen wir Da wollen wir kurz gehen Doch weg Äh ich weiß halt Hä du weißt nicht Hä du weißt nicht Was hat die Warte mal Äh wir dieben mal Warum denn Wenn wir das nicht Der Bin ich jetzt alleine Oh stimmt Nein 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 Ich bin dran Okay Ich wollte sagen Ich weiß halt nicht wie wir spielen Ob wir ein Best of 3 spielen Oder Aber ich werde mal sagen sonst ist das Video so kurz Ja Von daher Wir spielen jetzt einfach ein Best of 3 Ich verliere sowieso Ich verliere immer Smash Weil Ich einfach diese Länge der Schall verpiss dich Hoch Drogen Ja dann isste doch Hab ich schon Nein Jetzt ist mein Bogen weggegangen Und alter ich will die ganze Zeit Ach ich hab für die Verlangsamung vom Speed wahrscheinlich Ich will die ganze Zeit Mit Shift sprinten Es ist so schrecklich Ich kann meine komplette Steuerung nicht mehr Hast du vorhin auch gemacht ja Ja Nein oh mein Gott ich bin Gesmasht Du bist tot Ja richtig Hm Ah Essen Schlimm Lol Als ob Du hast ne Suppe gefunden oder? Ja Ach Ich dachte deswegen sagst du Essen Ne Ne weil ich Ich hab was zu essen gefunden Ich bin mir nicht mehr sicher ob ich gerade sprinte Es ist es kommt mir alles so langsam vor und die Steuerung so komisch Ich hab viel zu lange Blade & Soul gespielt Das ist echt schlimm Wenn du das zwei Wochen lang ausschließlich suchtest dieses Spiel Oh Gott Ne Geh ich mal weg Oh hey ich hab auch eine Sache weggefangen Schlag mich mal Geil Dann leckt mich mal Oh wow Oh es leckt Hä? Okay ich hab gerade mein Instant Teleporter benutzt und bin zum Glück nicht gestorben nach dem Leck Also ich will in dem Leck schon immer irgendwie benutzt In dem Leck benutzt Geil Spawn ich hier nur so Teleport Das gefällt mir Geil Geil Ich hab mein Schwert weggeworfen eine Sekunde nachdem ich es bekommen habe Das ist so ein Stuss hier Oh Gott Ich sag mal Wie viel essen denn noch? Ach du hast mich genommen Lol Ich hab dich aufgenommen Aus irgendeinem Grund He So wie du mich gerade aufnimmst Ja Stimmt Ich hab Videobeweis Dass du hackst Ich hab nen Beweis Willst du mal aufhören? Willst du mal aufhören? Willst du mal aufhören zu hacken? Daniel Kannst du bitte aufhören zu hacken? Du gewinnst ja Genau Was soll das denn? Ne da geh ich mal lieber weg Oh ein Spinnchen Oh ja Geil Spinner I think a spider Oh Gott Übrigens ihr könnt jetzt bald wieder tolle aktuelle Folgen Alter Ich hab 404% von dem Tulln The Brain Pain Let's Fly angucken Denn Die Meerkraft Adventure Map Oh Die wir gleich aufnehmen werden Ist jetzt Also die ist quasi Jetzt Top aktuell Weil alle Folgen von Oktober, November Die wir aufgenommen haben Sind Jetzt durch Alle 31 Bist du denn? Sag mal Wie lange bleibst du heute eigentlich wach? Hä? Wie meinst du jetzt? Naja, keine Ahnung Wie viel Zeit hätten wir denn noch zum Aufnehmen? Sehr viel, warum? Meine Ische wartet eigentlich auf mich Ich hab gesagt, wir machen nur kurz Smash Kann später Koksacken, Alter Und schon wieder Senkrecht nach oben Und schon wieder Senkrecht nach oben Ey, ich hab echt ein schönes Leben in dieser Arena Ja, wirklich Hey, hoppa Schon wieder Senkrecht nach oben Schön, dass du gedacht hast Schön, dass du gedacht hast Das wäre Wann du wohl merkst, dass das nichts wird mit dem Senkrecht nach oben Ja Kann ich ja nix für Denn die Items Sag mal Wie viel Prozent hast du? Und der Smash hat nicht Nicht gereicht Der hat gereicht Aber ich hatte noch Oh Eine wunderbar Ein wunderbares Jetpack Achso Ah Ein unglaubliches Derartig In seiner Beschaffenheit Vortreffliches Jetpack Schade Ja, durchaus Ja, durchaus Indeed, ne? Ach, stimmt Claudiner Bottle war dieser Extrasprung für dumme Menschen Es ist ein neues Item, das mag ich nicht Es ist ein neues, das mag ich nicht Weiß ich nicht, wo es herkommt Armlängeabstand Eine Armlängeabstand Ja Solche Items Möchte Also solche emigrierenden Items Möchte ich eigentlich in meinem Deutschland gar nicht erst sehen Oh Gott, du auch? Wow, da hat sich aber gerade jemand in die Luft gejagt Ja Das war Das war wahrscheinlich so ein Emigrant Ja, das glaube ich auch Die sind alle so Ja, ne? Kriminell Oh, schade, bist du nicht drauf reingefallen Oh, Halleluja Nee, ich lebe Lebe dich? Hab mich schon rübergebackt Ja Du angelst aber sehr schön, lieber Daniel Ja Mal gucken, ob ich einen dicken Fisch fange Könntest du meinen Dick haben, ja? Sag mal wie lange hält die Scheiß? Angel Eindeutig Ein bisschen zu lang Tja, alles was du brauchst ist ein Raketenwerfer Oder ein lustiges Schwertchen Zum Beispiel, ja Oh, 10% geil, geil Daniel? Ja? Oh, schade Komm mal her, mein Guter Freund Fuck it Es hat einfach geleckt Ich hab dich bei mir aufgehoben Und dann bist du einfach irgendwie 3 Meter über mir rumgeglitscht Ja, alles easy Ich gewinn das niemals Oh Das ist doch meine Taktik normalerweise 3 Milliarden Prozent noch zu übernehmen Huch, Instant Teleporter Ja, ich... ne Blume, ne? Nee, ähm Irgendwas, irgendwas ganz anderes Ich verwechsel... Ich verwechsel... Ich wollte auf andere Fälle rechnen Ich verwechsel die Dinger immer mit Blumen, weil die bei mir, ähm So die ähnliche Textur haben Tschüss So will ich filmen? Ich bin hinter dir Sag ich doch Ich bin hinter dir Okay, ziemlich gut geworfen, echt Erstaunlich, wie du mich wieder geworfen hast Ja, wirklich, mal Hui Wo ist er hin? Was war das denn für ein Instant Teleporter? Ich hab auf die Map geklickt und bin 2 Meter nach vorne Ich versteh's nicht, warum macht das so? Ja, du hast aber auch endlich mal verdient zu sterben, ne? Ja schon, aber... Du auch? Töte mich doch durch meine eigene Dummheit Ja schon, aber... Der Instant Teleporter mich auch Boah, der Enderman war gut Der war sehr loyal Zum Jahr Oh, Essen Nice Von 100% ist das gut Hab ich gehört Soll ein Lifehack sein Das ist ein Lifehack Für gutes Aufstehen am Morgen Oh, Licht ist ein Teleporter Nein! Mensch, ein Schwert Ja, was ist besser? Daniels... Daniels Mutter ist besser Uh, toller Lifehack Den du da hast Danke! Bitte! Nein! Oh! Oh mein Gott! Ah, lol! Dein Ernst? Oh, yeah! Jetzt dachte ich schon Wow, impressive! Und dann... Spawnt einfach neu Instant Teleporter Bitte danke! Was machst du denn? Tschüss! Nein! Ja! Mama! Ich hab gewonnen! Er macht die Nebelsahne auf uns Hast du schon wieder gegen Daniel gewonnen? Ja, Mama! Schon wieder! Geil! Jetzt muss ich dir erstmal was zu essen! Schon wieder einfach Wir müssen ja rausgehen Nebelsahne, alter Echt mal Nee! Mit so einem Spiele nicht! Da geh ich einfach raus Aus dem Match Ähm... Hier, ich starte mal ein neues Spiel Ja, ich bin voll der Fan davon Von einem neuen Spiel Oh ja, das mag ich Oh ja! Oh ja! Library! Librario, die mag ich nicht Die ist so eng Wie deine Mutti Gestern Nacht Nein! Jetzt kommst du! Oh mein Gott! Schon wieder der Typ! Geh doch weg! Verpiss dich! Geh doch weg! Nein! Könnt ich das Spiel verlassen! Da! Quitmatch! Für uns! Okay Also ich spiel grad mit dem Ich spring mal kurz runter Einmal, Tschüss! Guck mal Nebelsahne, du bist jetzt ein toller Gewinner! Und nochmal, Tschüss! Wow, ich schneid das alles rein! Nee, glaub ich, mach ich nicht Tschüss! Wow, Nebelsahne ist echt der Beste! So! Äh, dann... Wo kann man denn hier quitten? So, Tschüss! Jetzt, äh, kann man sich Menschenrechte kaufen! Danke! Okay, ich muss einfach so Zitate, muss ich einfach... Dürfen einfach... Aus dem Zusammenhang greifen und, ähm, reinschneiden Minecraft ist schön! Schön Deutsch, was? Ja! Ja! Hat er jetzt nicht gesagt! Wie war das? Erfurt ist schön! Schön Deutsch! Ah, ich mag... Ah, das ist toll! Ich mag Erfurt! Das ist so schön! Erfurt ist echt, also... Echt schön! Ich muss sagen, ich bin echt, also... Ich bin echt unglaublich! Ich glaub, ich war noch nie so unglaublich wie jetzt! Ich bin unglaublich! Kannst du dir das vorstellen, wie man sich fühlt, wenn man einfach richtig krass unglaublich ist? Ja, wie Hans Entertainment muss man sich da fühlen! Nehmen wir denn schon auch? Wollen wir jetzt mal so richtig Unterhaltungstalk machen? Unterhaltungstalk? Was meinst du denn? So... Mal irgendwie so... Deine... Fickt euch ins Knie! Ja, egal! Wir... Wir fighten jetzt einfach die... Hui! Hui! Wie lustig! Wir fallen! Guck mal! Daniel! Oh Gott! Nein! Ich bin schon wieder! Oh! Oh je! So, also... Wie konnte mir das denn passieren? Och Mann, ey! Und schon wieder! Oh! So... Ey, ich mag das aber echt nicht hier auf diesem Server. Ich krieg von diesem Server immer so dermaßen... hanging... Can't keep Hain's net, ey! Können wir aber alles nicht mehr machen, weil das wurde alles auf VIP gestellten? Was haben Sie da... Drei Milliarden Batzillionen U.S Dollar zahlen... ...um das für ein Tag machen zu dürfen? HAH, HA, HAHA HA... Ha! Finalspiel! Oh, das war die erste 이번에 die ich gespielt habe 루�... Ja, die erste Oops... Die ist neu Dany Das ist eine andere die du meinst, doch, die ist neu... Du meinst die mit diesen zerbrochenen Brücken, wo man auf diesen Turm klettern kann. Ja, stimmt. Die war super. Das ist ne andere. Das war sogar das erste Video, wo ich dabei war bei dir. Das würde ich bezweifeln. Oh Gott. Ja, dann geh halt weg von mir. Doch, ich hab keinen Schaden genommen. Oh, was für ein Loch. Ja, ich hab auch an ihn vorbeigeschossen. That's what he said. Oh je, Parkour. Geh bitte, mein Fan. Ich bin nicht dein Fan. Du bist mein Fan. Nee, das standet rein. Ach so. Geh bitte, mein Fan. Okay. Nee. So leicht bin ich nicht zu ficken. Woo. Cloud in a Bottle. Oh, für die Premium Schisser. Tschüss. Als auf dich meine scheiß Cloud in a Bottle gerade gewählt hat. Nein. Ich hatte keine Cloud in a Bottle. Da waren noch Steine. Ach so. Okay. Äh, wirf's doch weg. Hey. Du Sackgesicht. Ey. Ich stand hier gerade AFK rum und, Mann, und wollte die ganze Zeit mein Item rauswerfen. Mann, mach das einfach nicht. Ich hab diese Minecraft Steuerung nicht mehr im Kopf. Das war so ein billiger Tod. Cue. Ich stand nur rum und hab versucht das Item aufzuheben. Ich hasse es. Ich dachte, du weißt nicht, wo ich bin. Nee. Ich hab gerade meine Tastatur gehämmert und das Item nicht rausgeworfen. Ey, das ist so schrecklich. Spielt ihr mal zwei Wochen lang jeden Tag mindestens zwei Stunden ein MMORPG und dann spielt Minecraft wieder. Ihr kommt einfach gar nicht mehr zurecht. Du bist einfach der Gronkh von Minecraft Smash. Ja, ich bin, also war ich schon immer, aber jetzt komm ich mir gar nicht mehr klar. Also, das ist jetzt echt richtig schlimm. Alter. Tschüss. Pff. Das war ein 1x1 noch. Und dass ich da gerade... NEIN! Ahahahahahahahahahahaha. Oh, du... Was hast du? Okay, danke. Jetzt haben wir genug gelacht. Haben wir... Haben wir gerade... Hast du gerade gesehen, was ich getan habe? Nein, aber du warst einfach enorm laut. Ich habe gerade... Ich... Es war Mitleid mit dir, okay? Einnehmen wir uns drauf. Ja. Natürlich. Sprechen wir nicht drüber. Sprechen wir nicht drüber. Aber ich musste einfach gerade nur ein bisschen gruselig lachen. Ja, du bist halt gerade, glaube ich, in die Bombe rein, oder? Nein, ich habe mich gerade selber runtergeschossen. War uns sehr gut. Mit? Warte. Mit irgendeinem Item, oder so. Ich brenne für dich, mein Fan. Nee. Ich weiß schon. Warte. Ich habe es... Ich habe es gerade echt nicht mehr im Kopf, wie ich mich gerade umgebracht habe. Ich habe mich gerade richtig traurig... Oh, ich bin beide Male richtig traurig gestorben an meiner eigenen Inkompetenz. Wie schlimm kann man denn enden? Also, wenn ich das hier verliere, dann verdiene ich das... Dann verliere ich das so verdient. Einfach, weil ich so mega Arsch ist. Lol. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Ich habe dich geworfen. Es hat ge... Leckt und ich... Nee, nee. Es hat nicht geleckt. Ähm... Ich bin gedouble-jumpt und bin auf dem Dach gelandet. Okay, dann hast du mich einfach durch den Double-Jum weggekickt. Ja, alles klar. Okay, das war's dann mit dem Video. Okay, gut. Ich weiß wieder, warum Smash ein scheiß Spielmodus ist und Daniel sich dieses Video nachher anguckt und meine Tode sieht in diesem... Ey, das... Das wird so traurig. Ich habe schon ein bisschen Mitleid so mit dir, ne? Wenn du dir das ange... Oh, guck dir diesen einen Tod an. Das war so traurig von mir. Alter. Ich weiß, was ich gemacht habe. Ich habe eine Singularity geworfen. Ja, habe ich nämlich auch gedacht. Ich habe die Singularity gehört. Und dann... Die schreien. Da dachte ich mir schon. Deshalb bringen wir uns zusammen. Dann... Ja, egal. Dann spielt Daniel einfach dieses komische Kack-Turnier. Ich bin, glaube ich, eh nicht traurig, weil ich hasse Smash so abgrundtief. Ich weiß auch wieder, warum. Ich weiß, was ich spielen möchte. Wenn dann spiele ich Super Jump. Wenn dann spiele ich Super Jump. Oh. Wenn ich wieder... Das haben wir ewig nicht mehr gespielt. Nee, das... Ach, das heißt ja gar nicht mehr Super... Das gibt's ja gar nicht mehr. Das heißt ja... Das ist das andere da mit dem Jump. Aber du weißt, was ich meine. Wollen wir mit diesen Modulen. Weil Super Jump, das ist der... Der Server wird ja abgesägt. Wo der? Ja. Oh! Ja, gut. Wenn man halt rechts gedrückt hat. Ja. Oh! Ein Eisblöckchen. Sag mal... Flieg doch, wenn ich dich aus dem Fenster werfe. Sag, was ist das denn? Manche Tode sind so dermaßen... Lächerlich. Was spawn ich denn hier oben? Was fliege ich denn hier? Oh! Ach! Gedodged. Ey, die braucht so lange. Oh, bei mir steht alles. Ja. Oh ja. Du hast auch gerade Luft gehabt. Äh. Ja, die geht in die vier... Richtung. Ernsthaft? Lol. Was passiert? Du hast mich einfach runtergeschlagen und ich war wieder... Ich bin so ein Knockback. Vor allem hatte ich dich geangelt, die Angel eingezogen und du bist nicht gestorben. Also du bist erst dich nicht mal bewegt. Ich mag diesen Spielmodus nicht. Also, vielleicht sage ich das zu Unrecht. Aber bei mir kommt es immer, wenn ich das spiele, so vor, als würde alles laggen. Also, als würde es ständig laggen und rumbuggen in dem Spielmodus. Ich weiß nicht, ob das an meiner Wahrnehmung liegt. Aber es kommt mir einfach immer so vor, als würde ich total rumbuggen. Bei meinen Tonen teilweise. Ja. Weil dieser... Ja, egal. Weil dieser Knockback einfach total lächerlich ist. Es ist einfach Minecraft. Da kannst du sowas nicht funktionieren, programmieren. Ne, oder... Also, es geht einfach nicht anständig. Ja, gut. Oh, ist voll hübsch hier oben. Okay. Ich bin auf jeden Fall gerade schon wieder komplett dämlich gestorben. Und mein Instant Teleport hat mich auch nur irgendwie zwei Blöcke über mich gefeuert. Aber ich habe jetzt... Ich habe jetzt einen rauen Hals, weil ich so geschrien habe. Ja, ich würde auch gerade sagen, du machst jetzt einen Räuspern. Ja. Egal. Das war's mit Smash. Ich spiele das nicht wieder, weil ich wieder rausgefunden habe, warum ich das nicht mag. Und außerdem ist der Server total scheiße. Und ähm... Boah, wie heißt das denn? Aber egal. Ihr wisst, was ich meine. Was ich dann mal wieder vielleicht spielen möchte mit dem... Ja, ich weiß was... ...Jump-and-Run-Modulen und dann am Schluss tötet man sich. Das möchte ich spielen. Oh ja. Stimmt. Das ist nicht Superjump, sondern... Ne, aber Superjump war auch cool. Ja. Genau. Aber ja, das war besser sogar. Aber das gibt's ja jetzt nicht mehr. Aber das war auch schwierig. Ja, teilweise. Aber ich... Das war... Ich mochte das. Egal. Das war auf jeden Fall Smash. Und wir nehmen dann irgendwann noch später das andere auf. Und dann habt ihr das jetzt einfach mal für morgen. Und ich würde sagen... Oh, apropos. So, was wir noch machen können, ist... Ähm... Bash the Trash aufnehmen. Müssen wir noch machen. Blitz... Blitzkrieg. Blitzkrieg. Ach ja, stimmt. Blitzkrieg. Ja, Blitzkrieg. Cool. Gut, dann... Verabschiede ich mich mit einem geschmeidigen... Äh... Ne, das sag ich jetzt lieber nicht, sonst muss ich's rauspiepen. Ich wollte jetzt sagen... Mit Verachtertempe? Ne, ich wollte sagen, ich verabschiede mich mit einem geschmeidigen... Wegen Blitzkrieg, aber das wäre jetzt... Ach, okay. Also wenn ich jetzt... Sagen würde, das wäre quasi... Also das wäre total... Ja, also das wäre... Das wäre... Das wäre eine... Ich lebe jetzt schon in Bayern und dann, wenn ich noch... Sagen würde, also... Ne, das... Ne, also... Die Kommentare werden ein... Durchernommen, ne? Ja, also echt mal... Boah, ne, ich glaube, das muss ich echt alles zensieren. Naja, ist egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Und ich würde sagen... Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ah! Oh, falsche Taste. Ah!